So, dann überlegen wir mal, was kommt denn in so eine Hochzeitstorte rein? Ähm, fangen wir doch mal an mit Milch. Ist da Milch drin? Bestimmt ist in dem Kuchen Milch drin. Allzeit bereit. Keine Milch. Hm. Butter? Butter ist drin. Okay. Ich meine, es sind fünf Rezepte. Eier. Ich meine, das ist ein Kuchen. Da ist doch bestimmt Eier drin. Auch Eier sind drin. Okay. Eier, wir brauchen Eier. Genau der. Ähm, schon mal eine Frage. Ist eine von den Zutaten, die wir haben, mehr als einmal drin? Nein. Okay. Es gibt also fünf Zutaten, aber jede ist nur einmal. Okay. Okay. Was war? Also Fisch wird mit Sicherheit nicht in einer Hochzeitstorte sein. Ähm. Kakaobohne? Fragezeichen. Nicht. Also es können keine DLC-Zutaten sein, weil das ist kein DLC-Gericht. Zuckerrohr ist doch bestimmt drin. Ich glaube, du meinst es mit Zuckerrohr. Also das mit dem Offensichtlichen, oder? Ähm. Vanille. Haben wir Vanille drin? Kein Vanille. Also nur auf die Frage. Ah, okay. Halt. Ja, Vanille ist drin. Okay. Ah. Okay. Eins fehlt uns noch. Okay. Also nur, weil wir gerade hier sind. Ich frage mal kurz ab. Slush-Eis? Fragezeichen. Ich gehe davon aus, dass es Nein ist, aber... Weil ich auch schon Fälle hatte, von denen ich dachte, nee, brauchst du nicht fragen. Und dann war es genau das, was gefehlt hat. Das Offensichtliche fehlt immer noch. Okay. Das Offensichtliche fehlt noch. Bitte nicht. Oh, so ein schönes... Also es ist schon eine Eiscreme, aber in der Torte ist es doch bestimmt geil. Ähm. Was ist denn offensichtlich? Ähm. Ich meine, Weizen-Fragezeichen? Gnomi natürlich. Ah, klar. Schöne Knoblauchtorte. Das wäre eine sehr kalte, sehr an den Zähnen schmerzende Torte. Ach, was. Ja. Juhu. Eine Hochzeitstorte. Holy shit. Das sind sehr viele Eier und sehr viel Butter. Und sehr viel Zuckerrohr und sehr viel Vanille und sehr viel Weizen. Was würdest du für einen haben wollen, wenn du mal heiratest? Ganz ehrlich, da mache ich mir doch jetzt keine Gedanken drüber. Da kommt ein Kirschbächer rein. Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend, Seniore. Vielen, vielen Dank für den Raids. Und jetzt habe ich ein bisschen Lust auf einen Kirschbächer. Ist das ein bisschen Kannibalismus? Ich weiß es nicht. Aber vielen, vielen Dank für den Raid. Und einen wunderschönen guten Abend an all diejenigen, die mitgeradet sind. Ich grüße euch alle hier auf dem Kanal. Eternal Fantasy. Dieser Typ hier heißt Kidma. Begleitet euch den heutigen Abend. Und ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen, phantasterösen Stream. Was gab's denn bei euch? Hallöchen, bitte. Oh, dankeschön. Geil. Esse ich später, ja? Dann fällt es nicht so auf, dass die anderen wäre neidisch, weil ich was Leckeres esse. Gab's für euch auch ein Disney-Dream-Bike-Valley oder was anderes? Wir haben auch Disney gespielt. Ah, sehr schön. Ja, guck mal, das trifft sich sehr gut, weil ich wollte dich nämlich auch sehen. Hier eine Ananas für dich. Und um die Ananas hinterher runterzuspülen, ist am besten nochmal eine ganze Hochzeitstorte. Ja, ich weiß gleich, wie das alles nimmt. Die Torte ist größer als der Typ, also als der Mikey. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet einen wunderprächtigen Stream gehabt. Wir sind hier aktuell gerade hauptsächlich noch mit dem Sternenpfad zugange, aber fast fertig. Und wenn der dann mal durch ist, können wir uns auch wieder auf die wesentlichen Dinge wie Quests, äh, Story und so weiter konzentrieren. Wir lieben alle Disney way too much, sind alle richtige Suchtis. Ah, fühle ich sehr. Also nur, äh, ich sag das jetzt einmal für die Leute, die gerade reingeradet sind zur Information. Wir spielen schon im Prinzip seitdem es das Spiel gibt. Und, äh, das Ganze wird auch auf YouTube hinterher hochgeladen. Und dann, wo es so roundabout knapp 400 Folgen mittlerweile gibt. Also, ja, da ist ein bisschen was zusammengekommen über die Zeit. Ich verstehe das also sehr gut mit diesem Suchtgefühl, was angesprochen wird. Nur um das jetzt einmal kurz zu untermauern. Aber sehr cool. Ich finde, das ist ein sehr, sehr tolles Spiel. Ich liebe es sehr. Und ich, äh, ich mag alles daran. Bis auf ein ganz paar Kleinigkeiten in Form von Wachs. Aber, das kann man noch verschmerzen. Aus eigener Erfahrung, man kann die eigene Körpermasse an Süßigkeiten essen. Oh, oh Gott, da kriegt man ja schon von, 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 von der Vorstellung Bauchschmerzen. Guck mal, der, der steht jetzt hier rum. Der muss erstmal vor sich hin vegetieren, weil er eine Hochzeitszolle gegessen hat, die größer war als er selbst. In dem Game kann man schon ein paar Stunden versinken, auf jeden Fall. Also, vor allem, weil ja auch immer wieder neue Sachen dazukommen, die man machen kann. Und das finde ich halt so wahnsinnig toll an diesem Spiel. Dass, dass du halt immer in gewissen Zeitabständen neuen Input bekommst. Und es dadurch halt nie langweilig wird auch. Schauen wir mal eben kurz einen Mineral, den ich verkaufen kann. Einfach das schwarze Loch aktivieren. So den Staubsauger, so, wuh, 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 wuh. Alles einatmen. Ich spiele seit 10 Tagen, habe 50 Spielstunden und bin süchtig. Level 40 hat mein Kara auch schon. Hahaha. Einer rät. Auf die Tage meine 700 Stunden geknackt, ging flott. Okay, gut. Also, das, da muss ich gestehen, so heftig bin ich noch nicht unterwegs. Ich glaube, ich bin jetzt... Na, Mann, ich wollte das nicht machen. Ich bin jetzt, äh, bei... Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden spielen wir jetzt? 300 oder sowas? Na, ich hasse es. Ich hasse es, wenn der bei den... Bei den Feldern spawnen diese Dinger. Oh ja, geil. Prisma. Na gut, ich hole mal eben... Wobei, warte, ich hole eben das Mineral. Dann hole ich mir dann eben nochmal zwei Jamsamen. Beziehungsweise, eigentlich brauche ich die. Ey, wir gucken mal mal. Kriegen wir schon. Lecker. Wie das seit sieben Tagen und ich liebe es. Na. Ach, ich weiß nur, als ich damals angefangen bin. Das war auch so schön. Und man das alles noch komplett hat kennengelernt und so weiter. Das ist echt toll gewesen. Da war es aber auch schon einiges. Ja, ach. Ich will mich damit... Ich will mich damit gar nicht rühmen. Also, letzten Endes, ähm... Es ist einfach ein Superspiel. Ich liebe es. Und ich freue mich, wenn andere Leute diesen Gedankengang ebenfalls haben. Und es ebenfalls lieben. So. Die Anfangszeiten waren Gold wert. Ja, das war so schön damals. Ganz am Anfang, als es noch so wenig Charaktere gab und noch so alles am Anfang war. Gibt es in diesem Spiel eigentlich irgendwas, das sich direkt angreift? Hat er bei der Schlange kurz überlegt. Ne, ne. Das ist ein Disney-Spiel. Hier greift mich nichts an. Also, wir haben auch keine Lebensenergie oder sowas. Also, de facto könnte uns auch gar nichts angreifen. Der einzige, der in dem Game einen angreift, ist Maui. Okay. Warum Maui? Ein Duschi. Ich überlege jetzt gerade, inwiefern Maui angreift. Versuche mich nochmal daran zurückzuerinnern, wo man ihn freigeschaltet hat. Ob da irgendwie was war. Maui springt immer meine Fotos. Boah, der ist halt ein bisschen robuster gebaut. Verbal, verbal angreifen. Aber dabei macht er das doch alles voll. Gerne. Ich habe Mirabelle, Rémi, Dagobert, Merlin, Micky und Vanillope. Dufi. Dufi ist toll. Der stand letztens plötzlich vor mir, hat mich so erschrocken. Ja, das ist schon super. Ich mag Goofi. Wobei wir hier Leute in der Community haben, die Goofi hassen. Die ihn abgrundtief hassen und ihnen Pest und Cholera an den Hals wünschen. Ja, solche Leute gibt es hier. Ich habe sehr viel geweint, als ich das gehört habe. Der kam woanders robuster, aber nicht in meinen Fotos. Goofi ist Liebe. Goofi ist voll toll. Everyone likes Goofi. Naja, fast alle. So schlimm? Ich meine, ich bin kein Fan, aber böses Wünschen tue ich ihm nicht. Boah, das war ganz, ganz schlimm, war das. So, gewinne einmal bei Münziak. Oh, darauf habe ich gewartet. Ehrlich gesagt, Dagobert, wo bist du? Du bist mir den ganzen Tag schon über den Weg geraten. Mir ging diese Kack-Sprechblase von dir so auf den Zeiger. Wo ist dieser Dagobert? Wo ist Dagobert? Jetzt ist der weg. Das kann nicht sein. Wie immer bin ich nicht bei allen dabei. Ja, muss man ja auch nicht, ne? Zuerst mochte ich Vanellope nicht. Als ich aber krank war, habe ich bei Filmen gesehen. Seitdem mag ich sie. Oh, die, ganz ehrlich, Vajana, ähm, ah ne, Vanellope, Entschuldigung. Ralf Reicht ist ein super toller Film. Ich fand den auch richtig klasse. Ich bin zwar auch nicht so eine Vanellope, also Vanellope-Fan. Aber, sie ist ganz trollig, finde ich. Wo ist Dagobert? Wir brauchen noch den guten Ralf. Ja, auf jeden Fall. Ich gehe auch davon aus, dass Ralf irgendwann noch kommen wird. Warum ist Dagobert nicht in seinem Shop? Was ist da los? Also, ich kann mir nicht forschen, dass die Vanellope reinnehmen. Ah, da ist er. Lass die, äh, Vanellope reinnehmen, aber Ralf nicht. So, pass auch auf Münzjagt hier. Lass knacken. So, ähm. Ach ja, wir haben ja jetzt den Flynn. Startpunkt irgendwo. Er kann immer nur ein Feld laufen. Legt am Ende seiner Bewegung eine Silbermünze auf sein vorheriges Feld. Ich glaube, ich würde Donald da mal gerade rauslassen. Ich muss mal schauen. So, der muss kommen. Also, ich wäre auf jeden Fall dafür. So, warte mal. Äh, der konnte nur geradeaus springen. War doch so, oder? Ja, geradeaus. Lass ich mal hierhin anfangen. Einmal so, einmal so. Ich verschwinde den Löckersümer und mache mir mal ein Käsebrot. Käsebrot haben schön fett auf meinem zweiten Bildschirm laufen. Alles klar. Nice one. Und, äh, lass derart Käsebrot schmecken. Denn Käse ist was Feines. Okay. Ähm. Wir nehmen noch Remi. Maybe Remi. Ja, kommen wir mal hier. Zack. Zack. Käse. Käse ist toll. Everyone likes Käse. Ähm. Ja, gut. Hier kriegen wir gerade nur eine Münze. Naja. Da gehe ich mit. Ich liebe Käse. Käse ist das Beste. So, jetzt kommen wir mal ein paar vernünftige Münzen hier. Ähm. Ich brauche gerade mal Nala anstelle von Simba. Weil die macht dann nämlich... den und den. Hier machen wir mal den und den. Und wir machen mit ihm einmal den. Einfach damit er da hinten die Münze noch nicht kriegt. Okay. Jetzt droppt es natürlich genau da eine Goldmünze. Aber die holt er sich mit Goofy. Das war eigentlich doof. Naja, egal. Komm zur Käseseite. Ja. Tja. Habe ich Goofy hassen vernommen? Ich habe gehört, es gibt Leute, die Goofy hassen. Ja. So. Wir tauschen wieder. Ja. Ähm. Na gut. Die eine Goldmünze kriegen wir nicht. Oh, scheiße. Die spawnen leider sehr ungünstig. Okay. Das war jetzt sehr doof von ihm, dass er sich nicht die Goldmünze mit Goofy geholt hat. Aber ist egal. Wir hätten so oder so gewonnen. Nice. Haben wir eine Partie Münziak gewonnen? Geil. Okay. Fütter ein kleines Tier. Füge da Dekorationen hinzu. Bereite ein 1-Sterngericht wieder besser zu. Ähm. Oh Gott. Na, Goofy? Toller Wetter. Sieh nur, was ich hier für tolle Sachen habe. Da rennt er weg. Wollt ihr vielleicht, dass wir mitkommen? Sieh nur, was ich für tolle Sachen habe. Nju. Weil ich Goofy hasse. Tasty. Warum hasst du ihn? Tasty. So. Ich brauche mal gerade hier eben Oregano. So. Ich habe dir das schon mal erklärt. Dabei haben wir so viele Leute gerade hier, die Goofy lieben. Goofy ist toll. Hasse ist ein starkes Wort. Aber mögen tue ich ihn auch nicht. Oh mein Gott. Finde einen Kern zur Zeitveränderung. Finde einen Zeitveränderungsgeschenk. Ja. Vielleicht können wir da nochmal was reißen. Mal gucken. Er macht mich irre. Goofy ist toll. Guckt euch den Goofy-Film an. Der singt da sogar. Oh. Na gut. Das klingt jetzt schnell mit dem Zeitveränderungsgeschenk. Warum? Hier fällst Flecken im wilden Dschungel ab. Ja. Das mache ich doch gerne. Goofy wirkt ganz nett. Lieber Schrom. Ich finde, du hast auch ein bisschen Ähnlichkeit mit Goofy. Auf eine positive Art und Weise. Ich mag Max. Max ist auch toll. Hä? Was? Ja, außerirdischen Greifen an. Mal hier so ein paar Datteln mit. Nö, nicht hinterherwerfen. So, warte mal. Hier ist was drin. Ich versuche mal gerade nicht die abzubauen, wo wir Edelsteine drin haben. Na, Schaum ist nicht wie Goofy. Ein bisschen was hat der von Goofy, finde ich. Hallo? So, ja. Hier müsste auch noch was sein. Ja. So, vier Flecken haben wir abgebaut. Wie weit sind wir eigentlich mit... Oh, 20 Minuten haben wir bei Bell schon voll. Das ist gut. Fange drei Fische im wilden Dschungel. Auch das machen wir. So, hier haben wir noch ein paar Prisma-Garnelen. Voraussichtlich. Die sehen so creepy aus, einfach. Wie kann man sympathisch finden? Einfach der Taubenmann. So, achso, warte mal. Ja, gut, die Prisma-Garnelen zählen nicht als Fische, sondern als Meeresfrüchte. Und da rennt er schon wieder weg. Ein Lachs. Lachs ist auch lecker. Jetzt habe ich dieses Lied im Kopf, was Goofy im Goofy-Film mit Max zusammensinkt, wo die auf dem Fluss treiben. Ah. Okay, zwei Gerichte verkaufen. Das ist auch nicht so schwierig. Achso, warte mal. Wir sind hier fertig. Juhu. Stelle ein Zen-Garten herstellen. Okay. Warte mal, aber erst mal Belohnung, Freunde. Wir können uns nämlich jetzt die Monster-Uni-Jacke von Mikey kaufen. Juhu. Dankeschön, dankeschön. Wir haben sie. Geil. Nein. So, monströser Flügel. Komm, den nehmen wir auch nochmal mit. Ich meine, der kostet fünf. Dann können wir uns jetzt quasi noch so ein paar Sachen kaufen, die auch cool sind. Ich sammle nochmal ein paar Pünktchen gerade. Pff. Ah. Wusstest du, dass Bücher das Fenster zur Welt sind? Ich spreche einfach gerade wieder im Chat. Ah. Hey, du. So, zwei Gerichte. Hm. Da. Warum habe ich das jetzt gemacht eigentlich? Das war jetzt ziemlich doof. Ah. Stop. Stop. Zen-Garten herstellen. Äh. Ich wurde das vergessen. Ich finde einfach Pilze. Wir können nach den Pilzen eigentlich gleich auch mal wieder schauen. Ich schaue mal eben, dass ich den Zen-Garten herstelle. Oh, warte mal. Wir müssen kurz noch gießen. Haben wir nicht sogar schon mal einen hergestellt? Die Dorfbewohner zählen auf dich, mein Freund. So, wir haben ja hier draußen direkt eine Werkbank stehen. Äh. Möbel. Ein Zen-Garten. Huch. Papa-Sahn-Schaukel. Okay. Rote Kobra-Statue. Das sind schon coole Sachen bei, aber brauchen wir gerade nicht. Äh. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Wir brauchen einen Zen-Garten. Da. Oh, dann wären wir ein bisschen sandlos. Sehr geil. Einen Zen-Garten. Sehr geil. So, bringen wir 20 Punkte. Angle in den eisigen Höhen. 30 Mal. Das ist heftig. Aber, ja, doch, Maxi bei, bei Disney Dreamer Valley, das könnte ich mir auch wohl vorstellen. Auf jeden Fall. Das fand ich auch ganz cool. Oh, da ist schon mal Pilz. Pilzer. Taser. Taser. Okay, zwei. Alles, das ist gut. Warte mal. Oh, juckt. Ah. Juckt. Hä? Achso. Die sind wieder von Valley der hergeworfen. Plus vier. Holy shit. Äh, wir brauchen noch zwei weitere Pilze. Hier sind keine. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Dein. Dann ist das nämlich auch fertig. Ernte Lilaniss von deinem Gemüsebeet. Lilaniss? Also, erstmal danke hierfür. Äh, was ist denn Lila? Was ist denn da für eine Schildkröte neben dir? Das ist mal eine Wolkenschildkröte. Da kann ich streicheln. Dann freut die sich. Lilaniss? Ah, hier Auvergine wahrscheinlich, ne? Warte mal. Zwei. Vier. Fünf. Okay, das sind genau 50. Die Seeluft ist herrlich. Sie haben keine Vorstellung, welcher Zauber sie führt. Ich probiere gerade mal eben. Äh, jo. Ist richtig. Gibt es ja eigentlich Mulan? Äh, noch nicht. Aber soll wohl schon, glaube ich, confirmed sein, dass sie kommen soll. Oh, give it to me, give it to me, give it to me. Wobei ich gerade überlege. Ach komm, ist egal. Ich habe erst überlegt, ob ich das mache, wenn ich gleich, äh, also wenn Belle fertig ist und ich Mikey dabei habe, weil das gerade wieder ordentlich Punkte bringt. Aber ist egal. Lieber Mulan, mein Liebster Tissi-Film. Mulan ist echt toll, das stimmt. Und vielen Dank, lieber Chat, für den Tipp. Auf jeden Fall mit der Auvergine. So, ich mache das Bild trotzdem jetzt einfach fertig. So, das haben wir. Koche etwas Süßes und Kaltes mit Äpfeln. Okay. So, das ist die Frage, wo gab es denn Auvergine? Das ist auf der sonnigen Ebene. Boah, ich brauche die so selten, die Auvergine, dass ich gar nicht weiß, wo man die, wo man die holen muss. Nee. Ich frage gerade mal in den Chat, weiß jemand, wo Auvergine gewesen ist? Micky macht mich auch so aggro. Ja, Micky, Micky bin ich voll dabei. Micky bin ich voll dabei, den mache ich persönlich auch nicht. Vergessenes Land. Bin mal ganz im Lörg. Viel Spaß wünsche ich noch. Alles klar. Zum Beispiel schon viel Spaß im Lörg, mit Alice. Ja, hier war es auch nicht. Wo war denn die Auvergine, verdammt nochmal? Äh, mit eisigen Hühn. Ah ja. Na, wie geht's? So, 50 Stück. Njum. So, Ampflanz mache ich aber gleich, wenn Bell fertig ist. Alles klar, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. So. Frische Walz. Ist Goofy ein Hund? Ja. Das ist doch immer das Makabere, wenn, ähm, Goofy auf Mickys Hund aufpasst. Dann passt im Prinzip ein Hund auf ein Hund auf. Wusstest du das nicht? Sind wir eigentlich fertig? Yo. Ich finde das immer so merkwürdig, dass es dann neuerdings sich nicht selbst abschließt. Plaudere mit Bells, Verehrer. Okay, das ist jetzt die Frage. Meinen die damit das Biest oder Gaston? Gaston oder Gaston? Ich komme durcheinander. Ich lege mal kurz ein bisschen Zeugs ab. Ich mache mal eben ein paar Bronze Waren. Wie die jetzt einfach hier drin rumläuft. Ah, okay. Da brauchen wir noch 10 für auch. Ja, komm. Vielleicht mal nochmal 15 einfach. Passt schon. Ich habe zu Schrom gewonnen, dass sie so eine Nase hat. Als wäre er über den Asphalt gerutscht. Und da meine ich Schrom, dass er ein Hund ist. Und jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich habe die Welt mit zerstört. Ah, hast du super gemacht, Schrom. So, dann können wir das nämlich hier wieder so stacken. Sehr geil. Ich würde sagen Gaston. Okay. Das wäre natürlich... Für uns wäre das blöd tatsächlich. Weil wir haben Gaston noch nicht freigespielt. De facto. Aber wir schauen mal. Ich probiere es vielleicht erst mal beim Biest. Vielleicht haben wir Glück. Ähm. Gott, wie die jetzt die ganze Zeit einfach redet hier drin. Wir müssen dringend hier raus. Okay. Wir brauchen einen de facto Counter. Echt? Sage ich das so häufig? Ist das schon auffällig? Wenn ich jetzt auch sage, dass es nur eine Ente ist, bricht sie zusammen. Na, ich glaube, das ist ein bisschen obviös, Lieb. Hallo, Kumpel. Jetzt habe ich auch gerade gedacht. Mann. Mach das nicht absichtlich? Oh, guck mal. Jetzt haben wir wieder schon über eine Million. Hm. Einfach so? Meine Wege. Also. Als nächstes spawnen wir Mikey. Where is Mikey? Nein, das ist Mike. Mike Glotzkowski. Das ist 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 Mike Glotzkowski. Untertitelung des ZDF, 2020